mein leute und herzlich willkommen zurück zu let's play risen 3 titan lords für den pc im letzten part haben wir so ein bisschen was erledigt an quests haben zum beispiel den toten douglas gefunden an der spinnenhöhle und haben erfahren was bus eigentlich von von harry haben wollte nämlich spinneneier die wohl verdammt giftig sind und weshalb harry irgendwie endlich nicht holen will aber ist noch eine andere idee gekommen und zwar sehen die eier von feuervögeln wohl quasi genauso aus wie spinnen die sind aber harmlos deshalb wollen uns auch mal auf den weg machen ein paar eier blöde felsspinne böse felsspinne um ein paar eier von feuervögeln zu holen wollte gerade sagen merkt gerade aber nach unserer letzten vogelverwandlung haben wir hohervögeln abgeholt das heißt ich bin gerade allein unterwegs und das finde ich blöd so das heißt wir gehen gleich nochmal hoherz abholen aber erst die felsspinne erledigen das wäre das ja genau und wir haben im letzten part gelernt wie man wie man ein äffchen dressiert kann ich da eigentlich einfach so ne äh jetzt die frage muss ich mir da eins kaufen oder da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt tatsächlich moment fähigkeiten ja aber irgendwie muss ja das äffchen dazu bewegen erst mal mit mir mitzukommen das könnte potenziell noch interessant werden aber ist jetzt auch erst mal zweitrangig ich will erst mal hier rüber komme ich von hier ist überhaupt dahin mal schauen komme ich hier hoch perfekt so wird ein bisschen wehtun aber hey so hallo horas danke dass du wieder da bist so und dann wenn man mal kurz ganz wasserfass gehen damit ich mich mit der zeit wieder hoch heile ok wasserbeste nahrung ever heilt nicht voll besser als dieser proviant was ja ich habe sie gesehen die geister dieser insel ruhe ist gestört sie griechen in unsere träume er nie ist klar der hat er dir herrl vom hawkins danke halt die klappe der rede zu unsinn naja naja so dann wollen wir noch mal hier lang und schauen dass wir hier erst mal neben silberrücken irgendwie vorbeikommen hey na komm mal hier hier aua ouch mistviech natürlich ey was zum teufel und wo ist horas jetzt hin hallo so ein Mistkerl lässt ihr mich hier im kampf ganz allein oder was ey ich glaub's ja Mensch doch schon okay dann kann ich mich jetzt nur hier um den feuerfugel so dann hat jeder seinen gegner denn der feuerfugel würde mich sonst nerven und das muss er nicht sagen komm schon ach man hallo okay natürlich kam da noch ein feuerfugel warum denn noch nicht weiter geht's okay läuft läuft so was lenkt weiter den silberrücken ab das ist gut und sagt sehr schön ach mensch ich sollte ja meine wasser nicht wegstecken sonst macht horas ja dasselbe was zum teufel ich hab noch nicht seit dem fußel gesoffen ansonsten ansonsten wäre ich jetzt drauf gegangen so wie jetzt wow echt jetzt äh wo war der letzte autosave denn ich hab natürlich zwischen den folgen nicht gespeichert mh ich kann halt direkt zu horas noch mal rennen und ich kann den silberrücken umgehen was ich weil ich ja jetzt gesehen habe da muss ich gar nicht lange offensichtlich ok der dunkelheit werden wir beobachtet na dann wir können uns nicht entziehen alter warum warum höre ich hawkens hier hinten immer noch ist es schon zu spät was zum teufel was zum teufel ey wie laut spricht horas bitte äh quatsch hawkins von kristall magie verstehe ich nichts ok oh piratengeschichte gut und noch eine verschlossene kiste nehmen wir natürlich auch noch mit so jetzt schön ja gut gut jetzt nicht das allerbeste ergebnis aber habe auch schon schlechteres gesehen gold sagt ja warum nicht nehmen wir den ordner mit kommen wir hier durch ja du hast wahrscheinlich nicht doch mensch gelitscht sich so ein bisschen durch den stein finde ich gut ja ja ist gut so okay einer ist erledigt und der zweite folgt auch gleich so denn die können wir zum glück nicht allzu viel gut hätten wir das und dann geht es einmal weiter ins landesinnere zu den eiern der feuervögel beziehungsweise generell erstmal zu den feuervögeln denn an denen müssen wir ja scheinbar vorbei naja ok machen wir jetzt krieg ich hier noch ein autosave das ist schön das ist gut so wie lang schätze ich na keine spinnen keine spinnen sind da oben irgendwo aber kommen grad nicht das ist gut das ist sehr gut so dass wir überrücken den ich jetzt zum glück ignorieren können dafür haben wir es jetzt mit drei feuervögeln zu tun aber von den dreien und dann habe ich noch zwei an der backe das geht schon irgendwie das geht schon irgendwie geregelt man da kommt der silberrücken ehrlich jetzt ich war zu nah dran und dann hoffen wir das woraus mir die silberrücken bisschen vom hals hält aber das sieht da hat noch ganz gut aus hey blöde vögel hier ok sehr gut so und der ist auch erledigt perfekt oh shit aber natürlich hätten wir den silberrücken gerade nicht vom leib weil vor dem silberrücken erledigt wurde na toll komm her hier ok so ein bisschen mit darkstols strategie kommt man hier auch weiter ja da war mein tag da war meine ausweichrolle zu spät aber zum glück stehen gefährten wieder auf und sind nicht dauerhaft tot also zumindest war es in den früheren teilen immer so ich hoffe das ist hier auch so weil ansonsten weil ansonsten ist es echt blöd ansonsten habe ich horos verloren ich kann es mir aber nicht ganz vorstellen komm schon du blöder silberrücken ey nein nein so dann jetzt auf die ganz lame art und weise ok ok und da liegt er wieder ok ja nach dem kampf steht er wieder auf das ist gut ok und das hier feuervögel eier äh feuervogel eier sehr schön das ist genau das zeug von dem harry gesprochen hat perfekt gut wo wir jetzt gar nicht hier eh schon auf dem weg sind und uns ja zurück teleportieren können gehen wir mal nochmal zur wasserstelle um mal das äh das geschenk der freundschaft abzugeben ich hoffe das wird akzeptiert ich bin eigentlich ganz guter dinge aber man weiß ja nie man weiß ja erstmal nie von daher schauen wir mal so irgendwo hier müsste das ja jetzt sein ne irgendwo hier müsste der wasserfall sein glaube ich äh ich bin grad ein bisschen verwirrt wo war die wasserstelle hm hier ist erstmal ein warzenschwein das wollen wir auch noch miterlegen einfach weil warum nicht es gibt mir ein warzenschweinfeld das ich verkaufen kann natürlich ist das jetzt da ganz runter gefallen aber egal egal wir kommen ja trotzdem ran so ok trotzdem irgendwie bin ich hier da ist die wasserstelle hm ich bin in die falsche richtung gegangen yay also hier mal wieder zurück ja feuervögel haben mich entdeckt und die spinnen natürlich auch wow wow natürlich ey so die spinnen sind schneller erledigt also ich möchte ich erstmal um die äh außerdem können die mit auf mittlere distanz angreifen was ich auch blöd finde ja natürlich kommt jetzt die nächste spinne noch mit man hier alter natürlich ok perfekt äh das wollte ich eigentlich nicht ups aber gut das wollte ich da bin ich ein stück zu weit nach rechts gerutscht alter blöden feuervögel lasst mich doch mal in ruhe hier na klar alter menschen rum so ok der ist weg und dann nur noch der eine jetzt das war heftig meine fresse da läuft man einmal falsch ne und schon hat man weiß ich viele gegner um sich rum das war wirklich heftig meine fresse ok so sind wir hier natürlich schon äh direkt am Dorf der Ingeborenen wo ich gar nicht hin wollte ok ok also wir wollen wir wollen äh ich gehe mal hier lang denn ich glaube von hier aus bin ich auch gekommen das heißt hier ist nichts weiter an gegnern das ist ein großer vorteil so ok ok dann können wir mal hier lang ok dann können wir mal hier lang so und na wo ist das Viech da hinten ok perfekt jetzt haben wir hier nur den silberrücken stehen auf den hätte ich auch keinen bock ne auch schön weit weg von ihm schön viel abstand lang laufen damit er gar nicht erst auf die idee kommt mich anzugreifen so so gut und hier haben wir die Wasserstelle man ich hätte mal äh richtig auf die Karte gucken sollen na was soll's hallo Asali was das Zeichen der Freundschaft angeht was hältst du von dieser Goldschale Uwamba großes Kipaba Tavulele Guccio du kriegst die Schale und ich dein Vertrauen Deal Chi hier hast du sie Tavonga aber sag ist es deine Schale gewesen ja ich habe sie ehrlich erworben gut sonst böses Omen die was wären zornig Asali wird bei Hike von Kila gutes Wort für dich einlegen Gaia wird von nun an für alle sorgen das ist gut gut nehmt so viel Wasser wie ihr tragen könnt Gaia ist euch wohlgesonnen sehr gut so das werden die das werden meine Piratenfreunde hier doch sicher gerne deswegen sagen wir denen doch mal Bescheid so schon mal einen Blick in Cunninghams Bücher geworfen nee kann ich lesen ich das Wasserproblem ist Geschichte die Eingeborenen greifen euch nicht mehr an beim Klabauter Mann das ist ja ein Ding endlich keine Speerspitzen mehr die auf einen gerichtet sind dann wird der Rum bald wieder fließen hast du wirklich gut gemacht hier das ist für dich dafür dass dir große Ärger erspart bleibt fällt die Belohnung ziemlich mickrig aus na schön hier ich lege noch etwas oben drauf sehr schön okay da hätten wir das schon mal dann hey Buß die Eingeborenen werden das Wasser mit euch teilen ha die und teilen nie im Leben Jungchen jeder verfluchte Fisch in deren Tümpel ist ihnen heilig warum sollten sie ausgerechnet jetzt mit uns teilen aber wir werden hier eher elendig verrecken das wirst auch du noch erkennen naja wenn du meinst ich habe Douglas Leiche entdeckt ha wusste ich es doch und Harry hat ihn umgebracht stimmt's es sah eher so aus als hätten sich ein paar Spinnen über ihn her gemacht Spinnen? ja klar als nächstes willst du mir noch erzählen der Gürger hätte ihn geholt ich sag dir wenn du vorhast mit Harry gemeinsame Sache zu machen verzieh dich ich lass mich nicht verscheißern wow hier ist die Lieferung die du wolltest ah sehr schön her damit dann mache ich mich mal an die Arbeit und mache einen schönen Rum für uns alle wenn ich fertig bin kannst du den Rum an alle im Lager verteilen ich werde dafür einige Zeit brauchen also komm später wieder ok jetzt zum Beispiel ist der Rum fertig? ich sag dir doch das dauert einige Zeit komm später wieder und was soll ich so lange machen? geh jagen, sammle Pflanzen oder leg dich schlafen mach was du willst aber lass mich arbeiten ok kein Ding kein Ding ist alles gut ja ich habe sie gesehen die Geister dieser Insel ok dann würde ich sagen machen wir uns mal auf den Weg in Richtung Patty beziehungsweise in erster Linie holen wir holen wir erstmal diese schillernde Perle die wir für die Quest benötigen ja kommt schon blöde Sandteufel ich mag euch nicht vor allem nicht wenn ihr in großer Menge auftretet dann seid ihr echt für den Hintern ansonsten seid ihr nur nervig aber ihr bringt Ruhm das ist schon mal ok äh ihr seid halt keine starken Gegner das ist der Vorteil was für ein ok irgendwo was zum looten bei den Viechern ja ne Muschel sehr schön und hier nö na gut aber ich sehe hier sowas so ne Einbuchtung und der sich aber nicht befindet schade meistens steht da ja dann irgendwie ne Kiste oder sowas ah doch ne Muschel schön wollen wir die doch mal öffnen weil warum nicht geschafft geht doch geht doch na also ok vier Perlen ja das passt als Ausbeute finde ich ist ok so na dann schwimmen wir hier einmal rum und ok wir müssen uns kurz erholen vom Schnellschwimmen auch in Ordnung gut und hier können wir uns jetzt mal ein bisschen nach Hornmuscheln umsehen in denen wir hoffentlich irgendwo eine schillernde Perle finden und hier können wir uns jetzt zusammen zusammen schatten Aua Mistviech so kommt er her hier die Jaguar dankeschön und wasserickse ok du siehst interessant aus aber du kannst die auch nicht das ist gut das ist gut so sehr schön Aua Aua pass auf warum jetzt liegt das Viehs da drüben oder was ok dann erledigen wir den auch noch so hier zack sieht nicht gut aus weg mit ihm und mal ein bisschen was futtern so na den jeder bekommt seinen eigenen Sandteufel so warum brauchst du so lange so helfen wir die halt mal gut gemacht das Bust ist tot so gut noch eine Hornmuschel ich werde mal ein paar davon sammeln bevor ich bevor ich die öffne weil das geht schneller als jedes mal einzeln ins Menü zu gehen gehe ich einmal ins Menü und klick mich da einmal schnell durch und dann werden wir schon sehen auf eine stelle an die perle bekommen aber aber du bist komm her her du bist du bist du bist du bist auf hier Wenn ich mich um einen Gegner kümmere, sorgst du dafür, dass der zweite Gegner mich nicht angreift. Vollidiot. Nächstes Mal mich Bones mit. Ganz ehrlich. Auf der nächsten Insel kommt Bones mit. Ich meine, ich könnte natürlich zum Schiff zurück und Bones von dort aus mitnehmen. Aber, äh, nee. Nee. Ich werde schon mit Horrors jetzt irgendwie klarkommen. Hoffe ich. So, mal gucken. Drei Stück. Okay, das war nur eine normale Perle. Aus einer normalen Muschel. Na gut, wir brauchen weitere Hornmuscheln. Aber die sollen sich ja hier überall befinden. Von daher passt das schon. So, da noch eine. Hier noch eine normale. Eine Hornmuschel. Noch eine Hornmuschel. Ja doch, das ist eine schöne Menge, was man hier findet. Aha. Mit Gold sagt, warum nicht. Leonhards Ausrüstung. Hab ich da schon eine Quest angenommen, die zu sammeln? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber hey. Wir haben sie auf jeden Fall. Oh, hier ist noch eine Hornmuschel. Oh, da ist er ja schon. Ich dachte, das wird noch ein bisschen dauernd, bis er hier ist. Na gut. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Mehr Hornmuscheln. Okay. Das ist keine. Na gut. So, ich glaube, ich habe da noch alle. Und wobei ich hier ist noch. Ne. Das war keine. Hier ist noch eine. Aha. Und hier, wow. Hatt ich hier vorhin übersehen. Hier auch noch. Meine Fresse. Wie blind bin ich eigentlich? Ja. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. So. Gut. Das wäre das. Hier oben ist anscheinend nichts weiter. Okay. Auch ungewöhnlich, aber gut. Geht doch. Aha. Da haben wir schon mal eine. Hm. Sehr schön. Eine schillernde Perle. Die sieht fast wie ein Auge aus. Sehr gut. Da haben wir das. Und. Ich wollte gerade sagen, dann können wir mal rüber zu Patty. Aber ich sehe schon, wie lange die Folge jetzt schon wieder geworden ist. Mann. Ich schaffe es in diesem Spiel auch nie eine Folge. in normaler Länge zu machen. Kann das sein. So Patty müsste nämlich hier irgendwo sein. Das heißt, wir schwimmen schon mal hier rüber. Und nehmen die Schiff für die schon mal auseinander. Denn immerhin kriegen wir da noch mal eine Muschel. Ich bin wirklich nicht verschwimmen geboren. Und wir gehen ein Stück von den Krallenaffen weg. Damit die mich jetzt hier zwischen den Folgen nicht noch angreifen. Dann danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.